Weil ich im Ding-Modus war, kann ich nicht fahren. Ich stand da, stationär, fest. Der Weg hat's. Ab geht's. Musst du den einzigen Verbündeten abschießen, den wir haben? WTF? Ich kann nicht weiterhufen. Ich kann nicht weiterhufen. Witzig. Das ist eine aktuelle Job-Interview-Software. Clifford, Jesus. Das muss ein Animate Objekt sein. Ich nehme eine Flaschläge jeden Tag der Woche. Hey, sieht aus wie ein Reinforcements sind. Geh sie so schnell wie du kannst. Er wirklich nicht will, mich zu lassen. Mehr Helikopter inbound. Mehr ground troops. Geh sie weg von der Tschernabag, wenn du das Heli beschädigst. Believe mich, du willst, das Heli beschädigst. Ich komm nicht weit genug hoch. Mit einem Teil um die Helikopter zu erwischen. Ich komm nicht weit genug hoch. Mit einem Teil um die Helikopter zu erwischen. Äh, ich komm nicht weit genug hoch. Mit dem Helikopter zu erwischen. Ja warte ich kurz jetzt fliegen sie nach vorne Ja 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 Oh lol Ja Ja sie hat mich rausgeschossen Ja Was ist das kacke das man nicht schießen kann wenn das man fahren fährt das doch total bescheuert Ja Warum kriegst du fortfahren wohne Hat der keinen bock mehr Achso Achso ist kein bock mehr Ne Ich hab hier keinen bock mehr Du hast auch einen bock angeklickt Morgen weiter Ja Hä Ja ist das egal Ja ich hab gedacht Wir machen jetzt noch eine Versuch oder Ja Ja Einwachen Ja Ja Krass Ich will auch mal schießen Ja Vorfahren Die Krass Ich will mal anders fahren ich will auch mal schießen mit dem Teil das ist gut Okay Na Nicht einsteigen Du musst ein Haar drücken dann Stellst du die Füße runter Okay Du musst ja da hinten irgendwas machen das geht dann von alleine oder? Äh du musst halt ziehen Und dann wirds Irgendwann mal wirklich rot Dann Sind die Raketen Bencht Direkt Direkt Und dann Sind die Raketen Dann Oh Lass Das ist Was das ist? Es ist besser, wo ich komme. Do you know how annoying it is to be interrogated for days, weeks maybe? By a guy who thinks he's a genius for inventing job interview software? Do you know how much more annoying it is? Getting interrogated by the actual job interview software. Clever, Jesus. It's gotta be an inanimate object. I'll take a flashlight every day of the week. Hey, it looks like there are reinforcements on the way. Take them down as quick as you can. He really doesn't want to let me go. More helicopters inbound. More ground troops. Keep them away from the Chernobog if you want to protect that heli. Believe me, you want to protect that heli. You are dead now. I guess we're dead now, right? My agency pulls the clock on everything if we lose them here. He is dead now. Wait me, I'm cutting the Bohm off on everything. Sit down and get him down, right? Let me see you then. I'm by themen. Ich werde die 1. 2. 1. 2. 5. 5. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 5. 6. Der Motorhaube ist abgefallen. Der Motorhaube ist ein Schau! Ich habe das nicht in der Hand gemacht! Aber das ist jetzt wirklich ein bisschen… Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.